Ey Leute, der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten in Leuten nicht eher die Glocken zu läuten, als bis seinen Leuten der Leutnant von Leuten das Läuten der Glocken befahl. Doch ich frage mich, was hat das zu bedeuten, dass auf einmal statt Kirchen läuten, heute Soldaten die Glocken hier läuten, mangelt es an Personal? So oder so, das Glocken hier läuten hat ohnehin den meisten Leuten in heutiger Zeit nicht so viel zu bedeuten wie noch anodat zumal. Als sie noch einen leutseligen Leuten mit Glocken geläut in die Schädel einbläuten, dass sie gefälligst ihr Leben bereuten, Leute war das eine Qual. Es wäre schön, würde der Leutnant von Leuten seinen Leuten befehlen, dass sie sie zerstreuten, statt hier völlig sinnlos die Glocken zu läuten, denn es nervt total.